Alles andere brauche ich für die Suppe. Was denn, den Janssen-Pott? Essen wir heute die Suppe mit Strohhalm? Also Karl, an meinen Suppen sind die Wasserwerke noch nicht reich geworden. Waldorf. Und zum Schluss reiche ich als Ordoe was Käse. Karl, aber inzwischen sind wir doch 25 Jahre verheiratet. Da kenne ich deine Janssen-Witze. Erzähl doch mal den anderen. Sag mal, musst du dich eigentlich immer in fremde Angelegenheiten mischen? Ja, muss ich doch. Kann doch den Menschen nicht verkommen lassen. Ja, was ist? Hütentag. Tag. Kennst du nicht mal den Zeitungsgeld für Frau Meier auslegen? Nee, den Zeitungsgeld lege ich nicht aus. Aus Prinzip nicht. Warum nicht? Nee, und für die Frau schon ja nicht. Die kenne ich. Kann vor lauter Nerven nicht laufen und dann 2,50 Mark Neujahr sein. Thursday, I'm thirsty, Granny. You don't understand. Why do you speak in such a funny language? Toll. So'n kleiner Junge und spricht schon fließend Englisch. Och, Jotte, nee. Mein Enkel, was? Ja, Gräbfurt. Was heißt aber nur Gräbfurt auf Englisch? Ja, it's fine. You eat Gräbfurt, too. Sieh mal, wie you to Deutsch verstehst. Nein, du hast man doch am meisten enttäuscht. Du mit dir hat Igmar Großes vor. Jans was Großes. Na und wo bist du denn nun da? Ganz unten bist du gelandet. Danke, Mutter. Herzlichen Dank. Doch du bedankt, doch bei dir selber existierst du ja gar nicht mehr. Engl ist ein selbstständiger Mensch, aber wir, wir sind deine Geschöpfung. Jawohl, Detz, Alter. Aus euch hab ich was gemacht. Engl ist bloß ne Kellnerin, aber euch hab ich doch alle Wege geebnet. Jetzt hab ich aber auch genug von deinem Theater. Was? Was hast du da eben gesagt zu? Nach langen Jahren sind wir nur alle wieder vereint. Ich weiß, ihr habt früher heimlich über eure Mutter geschimpft. Aber nie! Ich weiß, ich war euch oft unbequem, weil ich euch so getriezt habe. Hab ich aber ja nicht vor mir getan.